So Leute, kleine Korrektur, weil manche ja nicht checken, dass ich ganz oben den Kommentar angepinnt habe, wo man das denn genau findet. Sorry auf jeden Fall, dass ich den Ort nicht ganz genau richtig gesagt habe, denn ich habe es ja vorhin beim Schneemann gesagt. Normalerweise ist es ja auch ungefähr zwischen in der Mitte, aber irgendwie, keine Ahnung warum das jetzt so ist. Jedenfalls findet ihr den geheimen Stern hier, direkt hier warm, habt ihr es gesehen. Einmal ganz genau hier, nochmal sorry an alle, aber eigentlich ist ja die Mitte so. Na gut, was soll's.